Der Fußball-Podcast über Rapid und die Auswehr. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Folge 110. Stefan, Pause? Nö. Also, nein. So schaut's aus. Egal, ob Länderspielpause vorherscht oder nicht, NoGo ist stets auf Sendung, weil Stefan, es gibt immer was zu erzählen über die Auswehr und Rapid. Genau, irgendwas werden wir uns schon aus den Fingern saugen. So auch heute. Ja, weil es gab ja Spiele und es gab auch Pflichtspiele, es gab Testspiele. Ja, also von daher gibt's auf jeden Fall Dinge zu berichten. Wir werden eure Bedürfnisse stillen, indem wir darüber berichten und wir werden einen Blick wieder mal auf unsere Leihspieler richten. So schaut's aus. Sowohl auf violetter Seite als auch auf grün-weißer Seite werden wir uns gucken, wer ist da noch alles verliehen. Wie stellen sich die Herren im Moment an? Und vielleicht auch so ganz kurzer Ausblick, was man bringt, vielleicht was denjenigen dann wieder zurückzuholen oder auch nicht. Oder wie sieht die Lage dementsprechend aus? Genau, also wieder eine Picke-Packe-volle Sendung. Wir werden schauen, wie lange es dauert. Trotzdem lassen wir es uns knackig machen, Stefan. Genau, lassen wir es uns knackig machen. Deswegen, red nicht um den heißen Brei herum, beginnen wir. Ja, fangen wir an mit einem der beiden Pflichtspiele des vergangenen Wochenendes. Das war in der Regionalliga Ost, die Young Weiles waren dort im Einsatz, während Rapid 2 ja nicht am Start, weil erst am 2.4. das Match diese Runde nachträgt. Genau, in der Regionalliga Ost war die Austria beim Sportklub zu Gast. Das war der letzte Auftritt der Austria im alten Sportklub-Stadion, das wird er jetzt dann renoviert. Und da hat man sich gedacht, da gönnt man dem Sportklub noch einen Heimsieg und da hat sich 3-0 geschlagen geben müssen. Es war eine verdiente Niederlage, die Chancen, die durch die Austria erarbeitet hat, konnten nicht genutzt werden. Und der Sportklub war eigentlich über 80 Prozent die wirklich spielbestimmende Mannschaft und deswegen auch eine verdiente Niederlage. Und ja, die Austria befindet sich jetzt in der Regionalliga Ost immer mehr im oberen Tabellendrittel, aber auch irgendwie im Niemandsland, weil es dann schon um ganz oben mit zu fighten ist der Abstand dann zu groß, aber mit dem Abstieg hat man natürlich auch nichts mehr zu tun in dieser Saison. Ja, also ich denke mal, WTE jetzt nicht, nachdem man Stripfing noch hat, schauen wir mal, wie da in diese Richtung alles weitergeht, wird es ja, glaube ich, jetzt derzeit keine wirkliche Tendenz geben, aufsteigen zu wollen, zu müssen, im Gegensatz zu Rapid 2. Und so wie du gesagt hast, eben mit unten hat man auch nicht wirklich was zu tun. Aber gibt es von dir irgendeine Einordnung oder wie siehst du, die Entwicklung jetzt unter Stefan Helm 2024 war noch kein Tolles für die Young Violets? Naja, wenn man gegen den Tabellführern unentschieden erkämpft, dann finde ich das jetzt nicht so schlecht. Sagen wir mal rein von den Punkten, von den Punkten meine ich jetzt ja vier Spieler. Ja, natürlich, aber man muss dann, ich möchte jetzt nicht schon wieder alles schönreden, aber da muss man natürlich auch die Umstände, die Begleitumstände da mit bedenken. Und zwar jetzt ist Länderspielpause und die Austria hat halt einen Haufen Nachwuchsspieler, auch die, die bei den Young Violets normalerweise zum Zug kommen, die bei den diversen Nachwuchs-Nationalteams jetzt unterwegs sind. Man lässt da natürlich auch alle ziehen. Gegen Rapid war man auch ersatzgeschwächt und durch, aufgrund von Sperren und Verletzungen und Krankheitsfällen. Also so schlecht finde ich den Auftritt gar nicht. Es sind, es ist, es ist das jüngste Team der Regionalliga Ost, auch wenn man sich dann mit Rapid 2 matcht. Und wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube, die Young Violets haben dieses Jahr keine Ambitionen aufzusteigen. Und aus diesem Grund glaube ich, dass man ihnen die Zeit gibt, die sie brauchen. Und wie Ewe Mahle zum Beispiel, ein Leistungsträger der Young Violets im Herbst, der hat es jetzt in den Kampfmannschaftskader geschafft. Und das ist ja nicht nichts. Also ich glaube, dass man mit der Arbeit, auch vom Stefan Hell bis jetzt, da ganz zufrieden sein kann. Man erkennt ein Spielsystem und noch einmal, ich habe noch nicht viele Spiele von den Young Violets in diesem Jahr live gesehen oder in dieser Saison live gesehen. Aber alleine die Entwicklung vom Darby 1 zum Darby 2 ist schon eine ganz beachtliche. Okay, das heißt, trotz nur zwei Punkten aus den letzten vier Spielen, alles kein Problem, weil es ist eine gewisse Entwicklung da. Ja, auf die Entwicklung gerade bei den zwei Teams kommt es an und du jetzt völlig neutral meinst, man zieht es jetzt einfach durch. Stefan Hell ist neu und er wird eine gewisse Linie und Konzepte von sich dann auch noch mit reinbringen. Und dann wird das Kind schon geschaukelt. Genau, und von der Spielphilosophie her ist ja Stefan Hell auf einer Seite mit des Austra Playbooks. Jürgen Werner wollte ja Stefan Hell und Emanuel Bogatetze schon als Trainer verpflichten, bevor Michi Wimmer gekommen ist. Die haben allerdings damals in St. Pölten noch den Vertrag verlängert und waren daher unleisbar für die Austria. Man kennt sich da schon aus gemeinsamen Lask-Zeiten und man versteht sich sehr gut und man hat vom Spielverständnis her dieselbe Einstellung und dieselbe Herangehensweise. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Stefan Hell für den Verantwortlichen eine gute Arbeit leistet. Und solange Jürgen Werner das Sagen bei der Austria hat, wird das auch so bleiben. Meinst du, dass man mittelfristig Stefan Hell vielleicht auch in eine Position bringt, um dann irgendwann die Kampfmannschaft übernehmen zu können, wenn Michi Wimmer womöglich dann irgendwann den Next Step macht? Also Stefan Hell hat sich ja schon bewiesen, dass er in oberen Ligen auch trainieren kann. Er hat ja den großen Teil seines Trainersdaseins bei St. Pölten auch relativ erfolgreich gestaltet. Also ich denke schon, dass man ihm auch das Vertrauen geben könnte, die Einsermannschaft zu übernehmen. Aber derzeit stellt sich Gott sei Dank die Frage nicht. Natürlich, auch mit Tränen kann man heutzutage schon Geld machen. Gut, von deiner Warte aus noch mehr zu sagen zum Violett-Nachwuchs oder Stand jetzt nicht? Stand jetzt nicht, außer ich habe schon wieder was vergessen. Nein, nein, alles gut, dann können wir elegant überleiten. Von daher, auch wenn du sagst, nicht die große Aussagekraft da, während es bei den Young Wilds eben punktetechnisch noch nicht so gut aussieht und man eben 2024 nur ohne Sieg dasteht, ist das komplette Beispiel davon, wie am Schnürchen läuft es für die Austria-Frauen. Genau, die haben sich in einem Flow gespielt, der seinesgleichen sucht, möchte ich fast sagen. Nach dem Unentschieden gegen St. Pölten und den Cup-Aufstieg war man in Innsbruck zu Gast bei Wacker und hat dort auch relativ souverän mit 4 zu 0 gewonnen. Zwei Tore in der ersten Halbzeit, zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Paterillo, Weilhatter und zweimal Volkmar, das sind die Torschützinnen. Man ist jetzt aufgrund der Niederlage beim SK Sturm, der SK Sturm hat gegen Altdach verloren, eine Heimniederlage einstecken müssen, ist man jetzt auf vier Punkte an SK Sturm heran und die nächste Partie in zwei Wochen am 14.04. um 12.45 Uhr spielt ja die Austria daheim gegen den SK Sturm. Das heißt, es geht jetzt zwar noch nicht um Platz vier, aber es geht um eine Tuchfühlung mit Platz vier. Und darüber hinaus noch zur Frauenbundesliga allgemein. St. Pölten hat übrigens jetzt schon wieder zwei Punkte abgeben müssen. Die Wiener hat in der Nachspielzeit noch das 1 zu 1 geschossen und einen sicher geglaubten Sieg der St. Pöltenerinnen zunichte gemacht. Also in der Frauenbundesliga geht es derzeit zu. Hut ab. Ja, so schaut es aus. Frage ich mich aber gerade, war da eigentlich... Also das ist das Cup-Match, was jetzt erstmal noch dazwischen wieder ansteht für die Ausgabe daran. Genau, das ist gegen Altdach das Cup-Spiel. Und die sind im Moment ja auch bis auf ein Zähler angerückt an St. Pölten. Natürlich, weil die haben auch funktioniert und haben gewonnen. Eben wie vorher schon erwähnt gegen Sturm. Muss man aber auch dazu sagen, dass sich ja St. Pölten und Altdach als die zwei stärksten Frauenschaften der Liga etabliert haben in dieser Saison. St. Pölten war eh klar und Altdach war letzte Saison auch schon eine starke Mannschaft. Jetzt kommt das Cup-Halbfinale. Mal schauen, was es da zu holen gibt. Die Altdacherinnen sind natürlich die Favoriten. Aber ja, die Austria ist gerade in einem Flow. Die Austria geht mit, da darf man das sagen, bei Frauen mit breiter Brust voran. Du hast es letzte Woche auch schon gesagt, damit zu passen. Okay, wir haben keine negativen Rückmeldungen. Aber es ist ja auch nicht sexistisch gemeint. Und ich glaube, wenn man so voller Selbstvertrauen steckt wie die Austria-Dame in der Zeit, dann ist auch alles möglich. Und das ist jetzt wieder eine wunderschöne Fußballfloskel gewesen. Und vielleicht würdest du dann in den möglichen Einspielern wieder in St. Pölten warten, wo man dann zum ganz großen Coop ausholen kann. Genau, jetzt hat man einmal ein Unentschieden erreicht und dann fehlt natürlich noch ein Sieg. Also nein, ich will jetzt ja nicht den Mund wieder zu voll nehmen. Alleine eine Final-Teilnahme wäre schon ein ganz großer Erfolg und eine Halb-Final-Teilnahme ist auch schon ein Erfolg. Die Männer schauen neidisch auf die Frauen. Wenn es um die Kappen zugeht. Und auch eigentlich bei der Tabellenplatzierung, weil die Austria-Dame sind Fünfter im Mittelfeld, aber bei einer Teilung wären sie in der oberen Tabellenhälfte. Anderes Thema, aber auf jeden Fall, wenn man so in diesem Flow drin bleiben kann, dann gibt es ja schon die Möglichkeit, in diese Top 4 noch heranzurücken. Wir haben es ja zuletzt auch auf Social Media behandelt. Und man darf wirklich jetzt gespannt sein, ob man diesen wirklich äußerst positiven Trend mitnehmen kann in den nächsten Partien. Und dann, wenn es tatsächlich möglich wäre, könnte dann oben hin noch einiges möglich sein. Dann kann oben hin einiges möglich sein. Ich weiß jetzt gar nicht, das müsste ich, das werde ich bis nächste Woche recherchieren, wie es dann mit internationalen Plätzen ausschaut. Ob da nur der Erste mitspielt oder die Ersten mitspielt. Oder ob da auch für Zweiten und Dritten vielleicht irgendwas ausschaut. Also das muss ich jetzt recherchieren, wie das bei der Frauen-Bundesliga ist. Ja, also letzte Saison hat der Sturm auch Champions League Quali dann noch gespielt. Ist da, glaube ich, ziemlich klar gescheitert. Und wie es jetzt für diese Saison... Aber Sturm war Zweiter, oder? Genau, Sturm war Zweiter. Aber gut, bis Platz, egal ob eins oder zwei ist, wäre es ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg natürlich. Nächster direkte Konkurrent. Aber so wie du es gesagt hast, eben dann im direkten Duell-Währesturm. Also wenn da eben was drin ist und jetzt im Vorfeld vielleicht auch im Cup-Halbfinale. Man darf gespannt sein. Und wir werden an dieser Stelle in den nächsten Wochen weiter darüber berichten. Selbstverständlich. Was gibt es Neues bei den Rapid-Frauen, Markus? Ja, die Rapid-Frauen haben am Sonntag wieder ein Testspiel zu Hause in Hüddeldorf gehabt. Zunächst war das Zweierteam im Einsatz und musste sich erneut geschlagen geben. Es gab eine 1-3-Niederlage im Duell mit der U16 von Drasburg. Da lag man zur Pause schon 0-3 hinten. Und Leni Schmiedl gelang dann der Anschlusstreffer in der zweiten Hälfte. Aber wie gesagt, schlussendlich dann trotz allem blieb es bei der Niederlage. Ganz anders sah es bei den Kampfmannschaftsdamen aus. Die haben sich mit den Zwettelfrauen gemessen. Und in der ersten Hälfte gab es eigentlich einen furiosen Sturmlauf der grün-weißen Mädels. Und man lag mit 4 zu 0 vorne. Hätte eigentlich sogar schon auch schon höher führen können. Tinesch war es mit einem Doppelpack. Dann Glasl hat getroffen. Bittendorfer natürlich, as usual, sag ich mal fast in Anführungszeichen. Und es sah alles nach einem Kantersieg aus. Aber in der zweiten Hälfte hat dann Zwettel auch bedingt durch zahlreiche Umstellungen zulegen können. Kam zunächst auf 4 zu 2 ran. Dann hat Rammel getroffen zum 5 zu 2 mit Beginn der Rapid-Viertelstunde. Und in dieser gab es dann aber noch zwei Tore der Gäste, die in der 84. und 86. noch mal bis auf 5 zu 4 rangekommen sind. Aber schlussendlich blieb es nach dem 2 zu 1 gegen Dreiskirchen, wo man im Weststadion gespielt hat, jetzt auf dem Nebenplatz, ebenfalls bei einem Heimsieg. Und ja, nachdem man hier schon auch schon für gute Stimmung in diesem eben ersten Heimatch gesorgt hat, hat man auch wieder, glaube ich, für die beste Unterhaltung in diesem wirklich sehr torreichen Match sorgen können. Ja, klingt gut und bin dann schon gespannt, wie sie sich dann in den Pflichtspielen tun werden, die Rapid-Viertelstunde oder Frauen. Ich auch und wir hoffen und denken, dass wir vielleicht hier und da auch mal irgendwann noch über den Sommer einen Gesprächspartner von Rapid-Seite finden können oder vielleicht von beiden Seiten. Wäre dann auch interessant, wie dann wirklich die Planung definitiv aussieht für den Start dann in der Landesliga, was ja die dritte Leistungsstufe ist. Ob man, denkt man, wird dann gleich Ambitionen zumindest hegen, hier aufzusteigen und dann in der zweiten Liga Fuß fassen zu können. Und dort könnte ja, Stefan, womöglich das erste Miner-Dabby mit der Zweimannschaft von der Austria stattfinden, wenn alles gut läuft. Also wenn die Rapid-Damen wirklich in der dritten Liga einsteigen, dann könnte es auch schon nächste Saison soweit sein, weil die Young-Violets-Frauen derzeit auf einem Abstiegsrang. Und es fehlen schon sechs Punkte auf einem Nicht-Abstiegsrang. Also derzeit schaut es eher Richtung Abstieg aus. Aber auch da gibt es jetzt noch einige Partien. Auch da gibt es noch einige Partien. Natürlich, da ist noch nichts entschieden. Das letzte Spiel hat man aber gegen die Lask-Frauen, die der Tabellenführer sind, 7 zu 0 verloren. Und ja, das nächste Spiel ist dann gegen Union Graz. Und die sind neunter, also die sind ein direkter Gegner, da sind direkte Gegnerinnen gegen den Abstieg. Okay, das heißt richtungsweisend Richtung Bundesliga sieht es dann so aus, als würde der Innsbruck absteigen und der Lask aufsteigen derzeit. Genau. Okay. Gut kombiniert, Deutscher. Und ins Punkt 2 könnte dann nächste Saison schon auch Gegner sein von den Rapid-Damen. Ich würde jetzt richtig sehen, ich glaube, die waren da auch ziemlich abgeschlagen in der zweiten Liga mit der zweiten Mannschaft hinten. Beziehungsweise müsste man wahrscheinlich, wenn die Einzermannschaft absteigt, ohnehin auch absteigen. Genau, ins Punkt 2 ist gar nicht in der zweiten Bundesliga. Also das muss eine andere Liga sein und ich weiß auch nicht, ob die dann auch österreichweit ist, die dritte Liga, oder ob die dann nicht gedrängt ist, wie die Regionalliga. Stimmt, stimmt. Ja, die sind eh getrennt. Genau. Ja gut, dann war es das von den Damen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns an, was so die Leihspieler von uns machen, Markus. Ja, würde ich sagen, wenn es für dich okay ist, hüpft man so ein bisschen hin und her, wenn wir nicht die ganze Zeit bei einem Team sind. Und ich fange mal an mit einem, glaube ich, schon leider bekannten Thema. Ferdi Drüff ist ja verliehen an Zwolle, aber für ihn war das Jahr 2024 leider ziemlich schnell gegessen und vorbei, gleich im ersten Match des Jahres. Also nur für alle, die jetzt dazuhören, Ferdi Drüff ist natürlich ein Rapittler. Wenn wir sagen, wir springen hin und her, dann könnte es zu Verwirrungen kommen. Aber ich finde es auch besser. Ja, aber ich meine, wenn ich rede, rede ich ja meistens über Rapitt oder fast immer über Rapitt. Genau, ist natürlich ein Rapittler, wie gesagt, von Rapitt ausgeliehen an Zwolle. Und gleich im ersten Match gegen Herrenwehen hat er sich eine schwere Knieverletzung zugezogen, fällt für die komplette Saison aus. Das heißt, er wird ohne jetzt über große Spielpraxis der letzten Monate zu Rapitt zurückkehren. In seinen bisherigen 15 Einsätzen für Zwolle gelangen ihm fünf Tore und zwei Assists. Ja, ich denke mal, ist in der Eredivis eine solide Performance bis dahin gewesen. Und jetzt natürlich extrem schade, dass er nicht noch weiter Spielpraxis hier sammeln kann und konnte. Klingt für mich recht, eigentlich recht gut, muss ich sagen. 15 Spiele, fünf Tore, zwei Assists, also sieben Scorer-Punkte. Wenn er da nicht verletzt wäre, dann hätte er sich da schon weiterentwickeln können und auch für Rapitt noch wertvoll sein können. Oder würdest du sagen, mit Burgi und den jetzigen Dieter Nachträngern und Majulo und Co. brauchen wir den Tore eigentlich nicht mehr? Seitdem er verliehen wurde, sind ja die Karten irgendwie auch neu gemischt worden. Mit Robert Klaus ist ein neuer Trainer da. Ich nehme stark an, dass er, und hoffe für ihn, für Tore dementsprechend, dass er in der Vorbereitung fit ist und sich dann doch der eine oder andere gerade zu Beginn zeigen kann. Und dann sich der, Anführungszeichen, neue Headcoach dann auch ein Bild von gewissen Spielern, die er jetzt noch nicht so gekannt hat, machen darf und machen kann. Und dann wird man weitersehen. Ich habe es ja schon in einer der letzten Sendungen besprochen, dass gerade auf der Stürmerposition da extrem viel dann da sein wird bei Rapid im Kader. Und man mit Sicherheit zwei, drei, vier Spieler, wenn ich das jetzt so krass sagen darf, ausmisten wird. Also da ist wirklich die Frage, mit wem wird dann gar nicht mehr weiter geplant? Bei wem, sagt man, da macht ein weiterer Laie vielleicht dann noch weiter Sinn? Da wird man dann schauen müssen. Aber Tore dementsprechend ist natürlich ein erfahrener, näherer Spieler wie manch anderer. Spricht auf der einen Seite für ihn, auf der anderen Seite, dass jetzt die Wahnsinnsentwicklung noch hinlegen wird und alles niederreißt, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so zu erwarten. Aber ich glaube, man weiß bei ihm mit am meisten, was man erwarten kann, was man erwarten darf. Und ja, es ist halt die Frage, ob ihn dann vielleicht der Trainer auch sagt, okay, ich sehe ihn noch als Multiwaffe für hinter den Spitzen oder am Flügel. Gerade außen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt sehen, dahinter eventuell noch. Aber dann ist wirklich die Frage, welchen Mehrwert neben der Stürmerrolle, die wahrscheinlich hauptsächlich eben Burgstall einnehmen wird, man noch sehen kann. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Canceles, der spielt derzeit bei Karagümrück in der Türkei in der ersten Liga, in der Super League. Und von 30 möglichen Spielen hat er 28 gemacht bis jetzt, was ja ganz ordentlich ist, hat dabei drei Tore geschossen und vier Assists gegeben. Das heißt, eine Scorer-Punkte von sieben und eine Startelfquote von 70 Prozent, was auch nicht schlecht ist, meiner Meinung nach. Aber der Verein Karagümrück, der übrigens eine Kaufoption hat, wartet jetzt schon seit über fünf Runden auf einen Sieg. Zuletzt gab es zwei Niederlagen und drei Unentschieden. Und in der Tabelle liegt man an 18. Stelle und das wäre ein Abstiegsplatz. Und der Leihvertrag von Canceles, der geht bis Ende dieser Saison. Wie gesagt, Karagümrück hat eine Kaufoption und laut Medienberichten, also österreichischen Medienberichten, weil türkische kann ich nicht lesen, gibt es auch angeblich schon Interessen an Canceles von keinem geringen als Besiktasch Istanbul zum Beispiel. Und er hat auch schon klargemacht, dass er sich sehr wohl fühlt in der Türkei und sich auch vorstellen könnte oder sich freuen würde, wenn er mal im türkischen Nationalteam spielen dürfte. Das heißt, eine Rückkehr zur Austria gilt für mich als sehr unwahrscheinlich. Auch wenn Karagümrück absteigen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie die Kaufoption ziehen und ihn dann vielleicht auch gleich weiterverkaufen. Eben zu Besiktasch, wenn diese Gerüchte stimmen. Ja, aber wenn dann diesbezüglich Kohle drin wäre, würde es ja auch weiterhelfen. Natürlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Kaufoption schon eine fixe ist oder ob die hoch ist, ob die niedrig ist. Ich habe keine Ahnung über die finanziellen Hintergründe bei diesem Leihvertrag. Gut, wir bleiben auch hier am Ball und sind wir dann gespannt, wie es mit ihm weitergeht und ob er vielleicht doch unvorauf zurückkommt oder wohin gewechselt werden könnte und was dann für die Austreiber dabei rausschaut. Genau, glaube ich aber trotzdem nicht. Also ist für mich eines der unwahrscheinlichsten Szenarien in seiner weiteren Karriere. Okay. Da ist es wahrscheinlicher, dass der Jukic zurückkommt. Dann wechseln wir zu einem Mann, zwar Benni Zimmermann, von Rapid an den WRC verliehen. Mit schon in der Winterpause war es ja kurzzeitig Thema, dass hier auch Mäcki Katzer schon gemeint hat, ja, wir hatten uns die ganze Geschichte anders vorgestellt, dass er dort eben zu wesentlich mehr Einsatzzeiten kommt. Ich denke, Zimmermann selbst auch, hat bisher keine einzige Partie über die volle Distanz, also über die 90 Minuten gemacht. Ja, also ist in der Tat ausbaufähig. Startelfquote 35 Prozent, Spielminuten 36 Prozent, Torbeteiligung 13 Spiele, mögliche 23. Im Moment ist er im 22 eingesetzt worden, wenn auch meistens relativ kurz nur. Dabei an drei Tore erzielt, eins vorgelegt, wobei, glaube ich, zwei der Treffer mindestens waren per Elfmeter, die er verwandelt hat. Also, ja, wirklich glücklich, glaube ich, wird er nicht sein. Wirklich glücklich wird man von Rapid-Seite nicht sein. Und dass unter diesen Umständen jetzt Wolfsberg die kolportierte, ist ja immer noch nicht ganz offiziell, Kaufoption zieht, ist, glaube ich, auch alles andere als aufgelegt derzeit. Ja, in den letzten beiden Partien einmal 10, einmal 18 Minuten zum Einsatz gekommen. Mit dem WRC jetzt eben im unteren Playoff im Einsatz und damit dann auch in Folge jetzt noch zweimal direkt der Konkurrent der Austria, Stefan. Und im Moment eigentlich heiß ist der Kandidat, wenn es dann nachher darum geht, wer wird siebter, wer wird achter und matcht sich dann um das Duell mit dem fünften. So ist es. Und ich hoffe, er macht keine komischen Bewegungen vom Austria-Fanblog, weil sonst könnte er das ein oder andere Duell wieder verpassen. Ja, aber dass er auf jeden Fall in diesen Partien wieder noch motivierter sein wird, ist aber auch fix. Das auf jeden Fall, aber das gehört auch dazu. Da sind dann eh so einige sehr motiviert. Nämlich auch ein Manfred Schmidt ist dann motiviert. Mit Sicherheit. Ja, Austria-Manchot hoffentlich am allermeisten. Gut, Stefan, dann spiele ich den Ball wieder zu dir rüber. Spielst du wieder zu mir rüber? Dann machen wir weiter mit dem Samuel Sahin-Radlinger-Tormann, der von möglichen 23 Spielen in der R-Division in Holland bei Almere bis jetzt zwei Spiele gemacht hat. Und zwar waren das die letzten beiden Spiele. Er ist zwar im Cup auch eingesetzt worden und bei Freundschaftsspielen bis jetzt, aber eben Meisterschaftsspiele hat er zwei gemacht und davon die letzten beiden. Wobei beim vorletzten hat sich der etatmäßige Einser-Tormann verletzt und Radlinger hat dann noch 13 Minuten gespielt und im letzten Spiel, im bisher letzten Spiel vor der Länderspielpause hat er dann 90 Minuten durchgespielt. Ich konnte jetzt leider nicht herausfinden, ob der Herr Tormann noch immer verletzt ist oder nicht. Fakt ist, es waren zweimal 1 zu 1 und er hat keinen Fehler gemacht. Und auch dieser Leihvertrag endet mit der Saison. Almere besitzt meines Wissens nach keine Kaufoption. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass man Radlinger bei der Austria sieht ab der kommenden Saison im Tor, weil man sich, glaube ich, schon große Chancen ausrechnet. So gemein es jetzt auch klingen mag, aber so wirtschaftlich muss die Austria jetzt denken, dass Früchtl zu Geld gemacht wird. Und ja, Almere ist Aufsteiger, derzeit Zwölfter, also spielen eine klassische tolle Aufstiegssaison und zuletzt ein Sieg, eine Niederlage und drei Unentschieden sind vom Abstieg, glaube ich, in dieser Saison auch gefeiert und haben damit nichts mehr zu tun. Gut, dann bleiben wir, sagen wir mal, ein bisschen in der Defensive von Rapid. Im Moment an Freiburg 2 verliehen ist Pascal Fallmann, 20 Jahre jung, hat bis jetzt von 30 möglichen Spielen 27 für die zweite Mannschaft der Freiburger gemacht. Dabei 53 Prozent Startelfquote, 59 Prozent aller Spielminuten absolviert und 7 Prozent Torbeteiligung. Heißt eben in 27 Spielen zwei Vorlagen abgeliefert. Ist oft so, also meistens so, dass als rechter Verteidiger teilweise auch mal als rechtsaußen aufläuft. Und oftmals wird hier gewechselt, wenn sein Kontrahent startet, dann wird eher zur Halbzeit oder am Sechzigsten sowas gebracht, beziehungsweise auch umgekehrt. Von daher wird es sich hier relativ gleichmäßig aufgeteilt auf der Position. Freiburg 2, nach wie vor Tabellenletzter in der deutschen dritten Liga, haben sich aber zuletzt doch stark verbessert gezeigt. In den letzten fünf Partien gab es drei Siege und ein Unentschieden. Das ist eben also nur eine Niederlage und das mit Sandhausen gegen einen der Favoriten in der dritten Liga. Zwar in diese Rolle nicht hundertprozentig gerecht werden, aber immer noch einen extrem starken und auch teureren Kader haben. Als nächstes geht es jetzt dann am Osterwochenende gegen 860 München. Also auch wieder eine große Herausforderung. Man wird gespannt sein, auf wie viele Einsatzminuten Fallmann jetzt tatsächlich noch kommt und ob er dann in der nächsten Saison dann auch eben auch eine Chance bei Rapid erhält. Könnte ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel jetzt ein Casanvijo nicht noch weiter verpflichtet wird und dann vielleicht wirklich ein Duell unter den Youngstern mit Fallmann und Oswald hier vielleicht auf der rechten Außenverteidiger Position geben wird. Man wird sehen auch hier, wie sich Robert Klaus die ganze Geschichte vorstellt oder ob man sich da ein bisschen mehr Routine noch drin haben will. Ob vielleicht zum Beispiel ein Schick da noch im Rennen bleibt und ein Vertrag verlängert wird oder ob man sich hier dann noch weitere Neuzugänge auf dieser Position wünscht. Ja, dann wäre ich bei unserem jüngsten Leihspieler, und zwar nicht der jüngste Leihspieler, sondern der, der seit kurzem erst verliehen ist und das ist Matthias Braunöder. Er ist ja in der zweiten Liga in der Serie B in Italien bei Como 1907. Was 1907 auf Italienisch heißt, weiß ich jetzt leider nicht, deswegen kann ich das jetzt auch nicht auf Italienisch wiedergeben. Mille Novicentos Sette. Na siehst du, schau, jetzt bin ich wieder einmal sprachlos. Also von neun möglichen Spielen hat er bis jetzt fünf gemacht, wobei man sagen muss, dass er erst einen Einsatz über 90 Minuten hatte und das war in der letzten Runde. Und in einer Runde davor hat er schon einen Einsatz von 45 Minuten, also die komplette zweite Halbzeit gespielt. Und das spricht schon für Matthias Braunöder, dass er sich in der Mannschaft jetzt einmal gefunden hat, dass er die Serie B jetzt über seine Kurzeinsätze auch kennengelernt hat, dass er auch körperlich jetzt in Form gekommen ist die letzten Wochen und eine Form gefunden hat, mit der er auch Como weiterhelfen kann. Das heißt, er hofft natürlich auf weitere Einsätze über die volle Distanz. Derzeit ist Como vierter, es fehlen zwei Punkte auf den Tabellenzweiten und das würde einen direkten Aufstiegsplatz bedeuten. Sonst, wenn man derzeit vierter bleibt, dann ist man im sogenannten Aufstiegs-Playoff dabei. Das ist ein Mini-Turnier dann aus vier Mannschaften. Und der Vertrag von Braunöder geht bis Ende der Saison und ist inklusive Kaufoption. Er hofft natürlich, dass diese gezogen wird, dass Como aufsteigt und er dann ein Spieler der Serie A ist. Ich würde es ihm gönnen, ich würde es ihm wünschen. Er hat aber in einem Interview gesagt, es wäre für ihn auch kein Beinbruch, wenn er zu Austria zurückkehren würde. Aber Markus, sind wir uns ehrlich, für wem wäre das ein Beinbruch? Für mich? Ja, gut. Es ist natürlich klar, wenn er hier bei der Austria groß geworden ist, wäre es jetzt für ihn. Und er eine gute Zeit, eine gute Entwicklung, der Austria auch viel zu verdanken hat. Da ist natürlich ganz klar, dass er hier kein Thema mit hat und zeichnet ihn ja auch aus oder spricht für ihn, wenn er solche Aussagen tätigt. Aber ja, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es für alle eine Win-Win-Situation wäre, wenn er aus der Austria gutes Geld für ihn kassiert, er vielleicht sogar in Serialgenuss kommt. Geht mit Sicherheit wesentlich schlechtere Dinge. Für alle Seiten. Ja, wir hatten es bis jetzt oder eben schon von der Stürmer-Thematik bei Rapid und in dieses Bild passt. Der Name Noah Bischof ist vielleicht einer, der jetzt den manchen Rapid-Fans nicht allzu viel sagt, weil er dieser Transfer im vergangenen Winter bis hin unter dem Radar abgelaufen ist. Rapid hat ihn verpflichtet als U-Nationalspieler von Alltag. Und gleich weiter verliehen an die Wiener. Und dort hat er bis jetzt in 2024 fünf Partien in der zweiten Liga absolviert. Dabei zwei Tore erzielt, zwei Vorlagen abgeliefert. In vier Partien über die volle Distanz mit am Start gewesen. Und nur gegen den GRK, wo die Wiener ein 2 zu 2 geholt hat, ist er dann nach 78 Minuten vom Platz gegangen. Also bis jetzt konnte er hier wirklich auf sich aufmerksam machen. Und ja, bei dem Thema kann ich gleich nur kurz einflechten lassen, dass die Rapid jetzt in der Länderspielpause eben gegen diese Wiener ein Testmatch hatte vor wenigen Tagen im Allianzstadion. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit gab es einen 3 zu 0 Erfolg. Alle drei Tore gingen aufs Konto von Guido Burgstaller, wobei ein Tor wird zwar jetzt als Eigentor gewertet, weil er noch abgefälscht war. Aber trotzdem, der Käpt'n war erstens wieder mit am Start und war dann eben auch an allen drei Treffern beteiligt. Zwei davon aufgelegt worden von Sadie, also der macht ebenfalls auf sich aufmerksam. Und man darf sowohl bei Noah Bischof, der jetzt eben wirklich hier in Liga 2 auf sich aufmerksam macht, was ein Majulob in der vergangenen Saison auch tat, als dann eben auch bei der Entwicklung von ihm gespannt sein, wie es weitergeht. Und wie man dann von Rapid-Seite in der kommenden Saison mit ihm plant. Gut, dann komme ich zu meinen letzten Leihspielern und die mache ich jetzt im Block. Das musst du jetzt leider durchhalten, weil es geht um die Kooperationsspieler in Stripfing. Stripfing ist derzeit Zwölfter, hat elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das letzte Spiel gegen Horn hat man tragischerweise erst in der Nachspielzeit verloren. Da hat man 1 zu 0 geführt bis zur 90. Minute und musste dann noch sich 2 zu 1 geschlagen geben gegen Horn. Und ja, der neue Trainer, der Stripfinger, der wird auch schon angenehmere Zeiten gehabt haben. Ja klar, war ja auch Young Violets Trainer und war ziemlich erfolgreich, aber hat alle Spiele 2024 bisher verloren. Und eben das letzte dann besonders knapp. Man erkennt zwar einen Aufwärtstrend, aber trotzdem Zählbares hat noch nichts rausgeschaut. Und wenn man dann denkt, dass man zeitweise im Herbst auch an die oberen Tabellenplätze angeklopft hat oder zumindest hingeschaut hat, dann ist das doch sehr ernüchternd, was da jetzt gerade gezeigt wird. Es hat jetzt in der Länderspielpause auch ein Testspiel gegen Ried gegeben in der Austria Akademie, also ein Heimspiel, das hat man 6 zu 1 verloren. Das nächste Spiel ist dann Ende März, nämlich am 31. März, am Sonntag um 10.30 Uhr gegen die Vienna, also gegen den zuvor angesprochenen Noah Bischof, das Martinetspiel, am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr. Und ja, da ist Striffing jetzt schon ein bisschen unter Zugzwang, weil sie müssen schon langsam mit den Punkten beginnen in dieser Saison. Sie haben zwar noch einen Polster von 11 Punkten auf dem Abstiegsplatz, aber wenn man da jetzt da weiterhin nicht punktet und die anderen schon, dann schmilzt der natürlich auch. Und dann wird es vielleicht auch ungemütlich, jetzt nicht nur bei den Lizenzthemen. Striffing ist gespickt mit Kooperationsspielern von der Austria, da ist zum einen Sandali Kondé im Tor, dann Florian Kopp, Dejan Radonjic, Tobias Polz, Leonardo Ivkic, Enes Safin, Timo Schmelzer, Dario Krajka, Sanel Sajic seit Winter, Denis Dizdarevic und Daniel Ojang. Und dann haben wir da ja auch noch den Silva Kani, den wir ja eigentlich für die Kampfmannschaft verpflichtet haben. Der hat übrigens erst vier Spiele gemacht und seit 3. September ist er auch nicht mehr im Kader. Soviel ich weiß, trainiert Silva Kani auch die ganze Zeit bei den Profis mit. Von einer Verletzung weiß ich nichts. Sanel Sajic ist ein Stammspieler bei Striffing, Dario Krajka ist ein Stammspieler bei Striffing, Florian Kopp ist ein Stammspieler und die anderen spielen entweder nicht, sind verletzt oder Ergänzungsspieler. Also Tobias Polz zum Beispiel hat noch kein Pflichtspiel bestritten in dieser Saison. War viel verletzt aber auch, ne? War auch viel verletzt aufgrund von Verletzungen. Leo Ivkic war lange verletzt, ist lange ausgefallen mit einer Rückenverletzung, hat aber die letzten beiden Spiele gespielt. Also ja, die Spieler, die spielen, die performen auch, soviel ich sehen kann. Und ich denke, vom Spielmaterial liegt es nicht. Und ja, ich hoffe, dass sie auch bald alle in die Spur finden werden. Wir sind gespannt und so wie du es gesagt hast, ist der Vorsprung da. Wenn ich es richtig rechne, sind es 10 Punkte auf Sturmkratz 2. Und ja, man wird sehen, wie diese Richtung weitergeht. Aber so wie du euch korrekt wiedergegeben hast, langsam wird es Zeit, dass man dann hier mal wieder punktet. Ja, natürlich. Weil für das sind wir ja da. Richtig. Gut, von Rapid Seite gäbe es da noch zwei Kicker. Einmal von Rapid 2 verliehen an den FAC ist Alma Sovtic. Ist jetzt auch erst im Winter vonstatten gegangen, dass er sich hier den Floridsdorfern angeschlossen hat. Und bis jetzt erst von fünf möglichen Partien zwei absolviert. Keine Startelf, nur sechs Prozent aller Spielminuten und noch keine Torbeteiligung. Also insgesamt gerade mal 28 Minuten gesammelt. Da wird man jetzt gespannt sein. FAC ist ja prinzipiell gut drauf und weit oben mit dabei im Tableau. Ist da, glaube ich, in einer relativ erfolgreichen Mannschaft nicht so leicht, dort reinzurutschen. Wird sich hoffentlich über den einen oder anderen Joker-Einsatz dann für mehr Minuten empfehlen. Dann das Gleiche. Und hier war er geduldig. Und die Geduld hat sich ausgezahlt, war ich bei Arons Geis-Schwarz. Er ist weiterhin verliehen an Austria Klagenfurt unter der Fittiche von Peter Parkhult. Und hat in der Saison bis jetzt 14 Prozent Startelfquote, 25 Prozent aller Spielminuten gemacht und 15 Prozent Torbeteiligung. Heißt, von 22 möglichen Partien hat er 13 absolviert. Dabei drei Tore und eine Vorlage geleistet. Also vier Scorer-Punkte. Und zwei der Scorer-Punkte gegen Rapid. Beim letzten Duell eben die Vorlage zum Ausgleich gemacht und in Hütteldorf gar zum dritten oder zum mitentscheidenden Tor selbst getroffen gehabt. Also sich hier bei den Verantwortlichen des SCR nachhaltig in Erinnerung gerufen. Ich meine, 2024 hat jetzt seine Einsatzzeiten doch deutlich steigern können. Was aber natürlich auch mitunter an der Verletzungsmisere in Klagenfurt ein bisschen dem geschuldet ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat er sich eben mit den einen oder anderen Toren, eben jetzt immerhin in den vier Partien des Frühjahres, schon drei Torbeteiligungen, denke ich mal, auch bei Peter Parkhult nachhaltig in Erinnerung gerufen. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass er auch jetzt in der Meisterrunde hier und da zu seinen Einsatzzeiten kommen wird. Und man darf gespannt sein, ob eben am Ende doch weitere Tore, Torbeteiligungen stehen. Und er wird dann eben auch ein Kandidat sein, wo Rapid in der kommenden Saison die Qual der Wahl hat, was man mit ihm tut. Ob man ihn hier weiter integriert, denke ich mal, für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Ost ist er jetzt schon weiterentwickelt und dafür in Anführungszeichen zu schade. Aber entweder vielleicht eine weitere Leihe oder eben, dass man schaut, man baut ihn in die Kampfmannschaft ein. Da bin ich wirklich gespannt. Ja. Weil das ist ein Spieler mit Potenzial, meiner Meinung nach. Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Aber ja, gerade auf den Außenpositionen waren jetzt ja doch der ein oder andere Kicker, der sich für mehr empfohlen hat. Und man darf hier gespannt sein. Eben dann auch liegt es an Robert Klaus, wie mit ihm geplant wird. Ob man sagt, okay, vielleicht noch ein anderes Jahr entweder weiter in Klagenfurt oder vielleicht woanders in der Bundesliga weiter reifen. Oder eben gleich sagt, wir trauen ihn zu, ihn sofort bei Rapid in die Kampfmannschaft zu integrieren. Dort jetzt gerade wieder integriert, um beim Stichwort zu bleiben, jetzt ab dieser Trainingswoche wieder mit am Start ist Nina Zvetkovic. Nach seinem Kreuzbandriss jetzt also wieder retour. Und der Plan wird so sein, dass er knapp einen Monat, also wahrscheinlich Anfang Mai, vielleicht wieder so fit wird, dass es für Einsätze reicht. Ja, ich denke mal, man wird von Rapid und Spielerseite hier nichts riskieren, um irgendwie zu früh anzufangen. Aber natürlich positive Signale, dass es hier wieder in eine Art Normalität für den Spieler geht. Und er eben jetzt wieder auch mit den Kollegen am Platz stehen kann. Ja, alles Gute natürlich, dass er wieder voll fit ist und so alter Stärke findet, außer gegen die Austria natürlich. Ja, und wir sind auch gespannt, wie es bei den beiden Youngsters der Austria aussieht, wann sie dann wieder so richtig ins Geschehen, also mit den Teamkollegen eingreifen können. Im Trainingslager waren sie ja mit dabei, was du berichtet hattest. Wir machen noch Individualtraining und sind aber schon bei der Mannschaft. Und ich denke, dass es da zur Sommerverbereitung soweit sein wird. Sollte dann nichts dazwischen kommen, also da wird ja neben Raguts dann auch eben El Schalvi und... Wustinger. Wustinger, genau. Wieder zurück erwartet. Ja, auch hierfür alles Gute und wir sind gespannt und hoffen dann eben dann auch über diese jungen Wilden, wie es die ganze Zeit bei der Austria hieß, dann wieder berichten zu können. Und wenn dann mehr von denen wieder am Start sind, kann man hoffentlich wahrscheinlich den altes Durchschnitt auch in Favoriten wieder weiter senken. Ja, auf jeden Fall. Und auch mehr Spieler wieder im Kader oder vielleicht auch aufs Tableau bringen, mit denen sich die Fans natürlich viel lieber identifizieren, als wenn man neue Spiele verpflichten müsste. Gut, Markus, dann würde ich sagen, schauen wir mal zum Tippspiel. Ja. Der No-Go-Tipp der Woche. Am vergangenen Wochenende, wir haben jetzt zwar doch einiges zu berichten gehabt, aber tippspieltechnisch war nicht so viel los. Es gab es eben eine einzige Partie. Das war das Duell, wie schon von dir berichtet, zwischen dem Wiener Sportclub und den Young Violets. Da gab es den Danny 1899, der hat auf ein 3 zu 0 getippt und fünf Punkte, den einzigen Fünfer an diesem Wochenende einsammeln können. Ansonsten bei den Top Ten null Veränderung, weil überall null Punkte. Und dahinter eben der Bratzo Stuntman, Newis 62 Rapid Fieldstunde, gab es einige, die zwei Punkte, also die Tendenz richtig haben. Denn Stefan und ich haben uns auf Rücksicht auf die anderen Mitspieler zurückgehalten und entschlossen, nicht weiterzupunkten. Ja, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ja, aber dafür wollen wir jetzt am nächsten Spieltag, und das ist schon der letzte im März, nochmal richtig angreifen, Stefan. Ja, da haben wir wieder vier Spiele zu tippen, und der Tippspiel-Sieger oder die Tippspiel-Siegerin bekommt wieder eines unserer No-Go-T-Shirts seiner Wahl. Nämlich nicht nur die Größe kann sich der Sieger aussuchen, sondern auch die Edition. Will man die schöne Austria-Tition oder will man die Rapid Edition? Die ebenfalls schöner, wolltest du sagen. Ah, habe ich das jetzt vergessen? Ja, die schönere wollte ich auf keinen Fall sagen. Es tut mir leid, da bin ich meinen Verpflichtungen jetzt nicht nachgekommen. Aber ich werde es jetzt nicht wiederholen, weil ihr habt ja das jetzt eh schon gehört. Und am kommenden Wochenende gibt es vier Partien zu tippen, also wieder volle Pulle. Genau, und derzeit zwischen uns beiden, Stefan, ist es so, du hast 14 Punkte, ich habe 20 Punkte. Wie gesagt, daran hat sich nichts geändert. Das heißt, du müsstest jetzt diesem letzten Wochenende sechs Punkte gut machen, um zumindest gleich zu ziehen. Müsste ich machen. Haben wir eigentlich schon einen Einsatz für uns? Nein, oder? Nein, haben wir nicht. Und es ist das letzte Mal in dem Monat. Ja. Ja, dann müssen wir euch dann via Social Media diese Woche benachrichtigen, weil wir haben noch nichts ausgemacht. Wir haben zwar viel Vorgespräche gehabt, aber nichts über wichtige Dinge offensichtlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt trotzdem tippen, Stefan. Genau. Du bist die Führung? Ja. Das heißt, ich lege vor. Wenn du das möchtest. Oder legst du vor? Du liest vor, ja. Du liest vor, ich lege vor. Ja, okay. Das heißt, am Freitag um 19.30 Uhr finden zeitgleich zwei Spiele statt. Wir hatten wahrscheinlich mehrere, aber zwei, die uns beim Tippspiel betreffen. Nämlich zum einen empfängt die Austria Wien den FC Blaues Linz zum Ostereier suchen in der Generali Arena. Was ist dein Tipp? Ich sage, es gibt ein 2 zu 1. Okay. Ich sage ein 3 zu 1. Und zeitgleich in Dreiskirchen tritt Rapid 2 wieder mal auf. Was ist da dein Tipp? Das sage ich 1 zu 2. 1 zu 2. Das wollte ich auch sagen. Dann sage ich 0 zu 2. Gut. Und dann am Samstag um 16 Uhr treten die Young Violets auf in der Regionalliga Ost gegen Mauerwerk. Ja, das wird mit Sicherheit, glaube ich, ein interessantes und richtungsweisendes Spiel. Mauerwerk hat zuletzt hier oder da mal überraschen können. Aber es ist immer noch vorletzter im Tableau. Und ich sage, es gibt den ersten 3 für die Young Violets 2024 und zwar ein knappes 1 zu 0. Ach Gott, jetzt sagst du schon wieder, das habe ich gesagt. Vielleicht sogar Hosiner und der Werner darf W. Okay, ich wollte auch 1 zu 0 sagen. Dann sage ich jetzt, statt 1 zu 0 sage ich natürlich dann 3 zu 1. Okay. Und am Sonntag um 14.30 Uhr geht es im Meisterplayoff. Kommt es zur Partie TSV Hartberg gegen Rapid Wien in Hartberg? Markus, wie ist da dein Tipp? Hm, das sage ich 0 zu 1. 0 zu 1, da sage ich 1 zu 2. Cool. Gut. Dann sind wir gespannt, was ihr da draußen noch mit euren Tipps sagt und wie ihr eben eure Prognosen gestaltet. Und Stefan, wenn man mitspielen will, ist es jederzeit möglich. Genau. Und da klicktipp.at slash logo könnt ihr euch gratis registrieren. Es gibt jedes Monat für euch was zu gewinnen. Das Spiel ist, wie Marco schon gesagt hat, kostenlos möglich. Und wir stellen auch jedes Monat auf 0. Das heißt, es bringt euch schon noch was, wenn ihr erst jetzt einsteigt. Genau. Ihr könnt euch schon mal zurechtfinden, eure ersten Tipps platzieren. Nachdem es jetzt noch vier Parting gibt, heißt es eben am Wochenende noch 20 Punkte zu vergeben. Die ersten beiden haben jeweils 26. Das heißt, wenn man jetzt im Mathe nicht ganz schlecht drauf ist, wird es schwer, da ganz vorne noch hinzukommen. Aber ihr werdet dann schon mal vorbereitet für den kommenden Monat. Und da haben wir dann auch wieder, das wissen wir sogar jetzt schon, einen ganz besonderen Preis für euch. Genau. Das aber erst nächste Woche. Und einen Preis kriegt ihr natürlich jede Woche beim Tippspiel. Wenn man es aktiviert hat. Aber ihr kriegt eine unglaublich lange und ausführliche Nachricht von Markus als Tipp-Erinnerung. Ich glaube, seine Frau und vor allem ich bin neidisch über so lange Nachrichten. Weil wenn es so lange wird, dann kriege ich meistens nur eine Sprachnachricht, weil er für mich nicht sich so lange hinsetzt und schreibt. Oh, Stefan. Gut, dann werde ich das in Zukunft auch wieder für dich tun. Und wie es gibt, dann wird er in die andere Richtung Beschwerden. Gut, würde ich sagen, soviel zum Tippspiel. Und dann... Gebührt das Ende der Sendung dir, Stefan. Ja, das Ende der Sendung gebührt mir. Ich muss ganz kurz pusten. Ja, ich bin jetzt da durch die Recherche draufgekommen, dass Rapid ein neues Logo, ein Maskottchen hat. Ja. Hast du das auch mitbekommen? Ja. Wie heißt der? Fuchsi? Mhm. Und ich meine, da wirst du mir jetzt wieder nicht zustimmen, aber Super Leo Feilchen ist natürlich eines der legendärsten Maskottchen, die in der Bundesliga derzeit da sich herumtummeln oder taumeln. Er hat auf jeden Fall schon für Furore gesorgt. Genau. Und ich bin jetzt da auf einen Funfact zum Speedy gekommen. Speedy ist wer? Das alte Maskottchen. Genau, das ist ein Fußball mit einer Knollnase, mit einer Rapid Short. Und getragen hat das Kostüm meistens ein St. Pöltener, der jetzt knapp über 50 Jahre alt ist, nämlich der Harald Schmid. Und mein Funfact der Woche ist ganz kurz erzählt. Der war nicht nur das Rapid Maskottchen, sondern war auch das Maskottchen vom SK in St. Pölten damals. Und wenn Rapid gegen St. Pölten gespielt hat, hat er das Maskottchen-Kostüm aus diesem Grund nur bis zum Ampfiff angehabt, weil er das seinen St. Pöltenern nicht antun hat können. Und er ist so zum Rapid Maskottchen geworden, indem der Andi Marek gesehen hat, dass er das St. Pölten Maskottchen so gut macht und ist dann quasi bei Rapid auch engagiert geworden. Das heißt, der Speedy war nicht nur Speedy, sondern auch gleichzeitig Lupo bei St. Pölten. Okay. Das heißt, ein Transfer von St. Pölten nach Hütteldorf eingefehlt von Andi Marek. Wow. Nein, es war ja kein Transfer, weil er ist ja zweigleisig gefahren. Okay, eine Laie. Eine Laie. Eine Laie, nämlich nur das Maskottchen war eine Laie. Sondern er war dann auch noch, hat nämlich bei St. Pölten auch Funktionen gehabt. Ja, für die Nachwuchsmannschaften war er, ich glaube, Teammanager oder so irgendwie. Okay, vielbeschäftigter Mann. Ja, aber das ist jetzt wirklich mal ein Funfact, oder? Definitiv. Coole Story. Danke, Stefan. Ja, gerne. Und das heißt, auch wenn der Monat jetzt mit dieser Folge entbändet ist. Mit dieser Folge, ja. Nächste Woche kriegst du noch eins, weil ich es ja einmal vergessen habe vor lauter Frust. Ja, liefert das mir, uns, uns, Stefan, liefert es das noch nach. Für euch mache ich das da draußen nicht. Das mache ich wirklich nur für Markus, weil für euch will ich das nicht machen. Also ich mache alles auch für euch. Genau, ihr könnt uns schreiben, was ihr alles für uns tun würdet, Markus. Wo können Sie uns das schreiben? Ja, ihr könnt uns per E-Mail schreiben, gerne an noco.win at gmail.com. Ihr könnt uns auf den eingegangenen Social-Media-Pattformen schreiben, sei es X, also ehemals Twitter, sei es Instagram, sei es Facebook, Threads oder auch Loose Sky. Und nicht zu vergessen, YouTube sind wir auch vertreten. Das heißt, direkt dort drunter unter jedem Video könnt ihr auch eure Kommentare posten, uns liken, uns folgen, was auch immer. Das heißt, dort auf jeden Fall mit uns interagieren. Und wir werden auch in der Woche mal wieder schauen, nachdem jetzt noch ein Länderspielpause ist, auch wenn wir keine Pause machen, dass wir die eine oder andere Umfrage einmal zur Rapid, einmal zur Austria für den nächsten Spieltag, für die nächsten Wochen irgendwie für euch bereithalten. Also mir schwebt da schon was Interessantes vor von Rapid Seite. Vielleicht ist es Stefan so spontan, dass er was beitragen kann. Ansonsten werden wir uns im Stimmen Kämmerlein noch überlegen. Wen wollt ihr zum Beispiel als rechten Außenverteidiger jetzt in Hardback sehen? Lieber wieder Momo Oswald oder doch Casamirjo? Also würde mich dementsprechend interessieren, was ihr dazu sagt. Und auf Twitter werden wir die Umfrage in den nächsten Tagen dazu live schalten. Ja, für die Austria wird es natürlich auch eine Super-Umfrage geben. Und wir haben uns da schon was überlegt. Aber die Zeit kann ich jetzt natürlich noch nicht. Ja, ja, du wirst nichts. Ich will ja nicht die sagen. Nein. Nein, nein. Ja, also folgt uns und stimmt's dann an. So schaut's aus, Stefan. Wir haben's geschafft. Wir sind unter einer Stunde geblieben. Zwar nicht so ganz so knackig, wie wir es vielleicht auch oft haben. Aber trotzdem, ich denke mal, wir haben da wieder jede Menge reingepackt. Wir hoffen für euch da draußen mal alles. War zumindest das meiste interessant. Und dann werden wir uns nächsten Dienstag wieder. Genau so ist es. Macht's gut. Bleibt's gesund. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao und baba. Ciao. 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 Ciao.